Sommerfest beim BVB. Bei der Stadion-Rallye müssen die Star-Kicker ausnahmsweise mal das Eckige ins Eckige bekommen. Doch gerade Erfolgsgaranten wie Reus, Brandt oder Hummels scheitern kläglich. Hier sind drei Klötzchen. Diese Klötzchen sollen in diese Wand eingesetzt werden. Oh Mann, Bürki! Aber manchmal ist es auch ein bisschen schwierig. Du musst ein bisschen fuddeln, damit du das da reinkräßt. Marco, bisschen Druck. Jetzt mach das Ding. Du bist der Mann für die entscheidende Situation. Sehr gut. Wunderbar. Marco, jetzt geht alles. Warum geht der nicht rein? Ich bin enttäuscht. Sehr gut, sehr gut. Der läuft. Noch mal andersrum. Was ist denn da los? In welcher Form soll das denn reingehen? Es geht in keine einzelnen Positionen rein. So ist gut. Auf geht's, Julian. Das ist eine neue Bestzeit. Der will nicht rein! Der will nicht rein! Jetzt aber, komm! Drei, zwei, eins, scheiße. Wie geht das denn hier rein? Was machst du denn da? Auf jeden Fall null Punkte vermutlich. Wir haben doch jetzt alle geschafft. Natürlich, ich weiß doch. Ich weiß auch nicht, wie ich es nicht geschafft habe. Wir haben doch jetzt nicht verloren deswegen, oder? Ihr seid... Konzentration! Matt! Woran hattet ihr hier liegen? Okay. Komm halt! Hallo, das wird ein Grund geben. ARD Text im Auftrag von Funk Ja, hier, was das Plotantin. Ich habe schon Running. Du bist nicht.